Willkommen meine lieben Freunde zu einer neuen Folge der Pokémon Competitive Moveset Reihe. Heute schauen wir uns den Elektro-Unlichtnager Morpeko an. Dieses Pokémon hat eine super interessante Fähigkeit, weshalb wir auch direkt mal darauf eingehen werden, denn Morpekos Signature-Fähigkeit ist die Fähigkeit Heißhunger. Mit dieser Fähigkeit wechselt Morpeko jede Runde in eine andere Form. Entweder ist es in der normalen Form oder auch Pappsatt-Form, heißt es tatsächlich auf Deutsch, was ganz lustig ist, oder in der Kohldampf-Form. Das ist die dunkle Form, wo der ein bisschen grumpy ist und unbedingt was essen will. Und das Besondere an diesen beiden Formen ist, dass die jeweilige Form die Signature-Attacke von Morpeko beeinflussen. Denn Morpeko Signature-Attacke ist Aurarat, das ist eine 110er Base-Elektro-Attacke, wenn Morpeko aber in der Kohldampf-Form ist, wird diese Elektro-Attacke zu einer Unlicht-Attacke, was es sehr, sehr besonders macht. Denn so muss auch ein Pokémon mit einer Elektro-Immunität vor Aurarat aufpassen, wenn Morpeko dann eben in der Kohldampf-Form ist. Und vor allem hat Aurarat auch noch den Bonus, dass man die Initiative um eine Stufe boostet, aber dazu kommen wir auch gleich nochmal genauer. Erstmal schauen wir uns die Statuswerte an, denn Morpeko hat keine weiteren Fähigkeiten. Das ist aber auch gar kein Problem, weil diese Fähigkeit in Kombination mit Aurarat echt gut ist. Wenn wir uns dann die Statuswerte anschauen, sehen wir vor allem, dass der Initiativwert ganz solide ist mit 97. Wir haben auch noch einen ganz guten 95er Angriffswert, aber ihr seht, dass der Rest nicht so super ist. Wir haben 70 im Spezialangriff, was aber auch nicht so wichtig ist, weil wir eher physisch angreifen wollen. Und dann halt miserable Defensivwerte. 58 im KP-Wert, 58 im Verteidigungs- und Spezialverteidigungswert. Wobei miserabel ist es nicht, aber jetzt auch nicht wirklich gut. Vielleicht gerade so solide. Es ist jetzt nicht das stärkste Pokémon, aber man kann eben durch diese Fähigkeit und durch diese starke Attacke durchaus auch einiges aus Morpeko rausholen. Man darf Morpeko nicht unterschätzen. Deshalb schauen wir uns auch direkt mal das allererste Moveset an. Und das spielen wir mit dem Item Plateauschuhe oder mit dem Item Überreste. Und beide Items hören sich erstmal ganz komisch auf Morpeko an. Lasst mich aber erstmal erklären, wieso man diese beiden Items spielen kann. Plateauschuhe sind auf Morpeko ganz nice, weil Morpeko die Attacke Turbodrea beherrscht. Deswegen spielen wir auch neben dem Aurarad auf der ersten Stelle, dann an der zweiten Stelle auch Turbodrea. Denn wir haben einfach die Möglichkeit, sicher immer die ganzen nervigen Hazards wegzuspinnen. Also mit Turbodrea wegzubekommen. So was wie Stachler, Tarnsteine, Giftspitzen, Klebenetz. Und das ist auf einem Pokémon selbst ohne Tarnsteinschwäche oder sonst irgendwas in der Art ganz gut. Also dass man keinen Schaden oder keinen Effekt von diesen ganzen nervigen Hazards bekommt. Weil sowas wie Klebenetz ist natürlich vor allem Juju Tier, wo Morpeko aktuell ist, sehr gern gesehen. Weil Bundlebeater aktuell ganz gut ist. Und so kann man die ohne Probleme wegbekommen, weil man ja keinen In-A-Drop reinbekommt, was ganz nice ist. Weil Morpeko halt relativ schnell unterwegs ist. Außerdem bekommen wir keinen unnötigen Schaden. Wir bekommen keine Vergiftung durch Giftspitze und so weiter und so fort. Deswegen können die Plateauschuhe sich auf diesem Set sehr lohnen. Zu den Überresten sage ich aber gleich nochmal ein bisschen mehr und auch nochmal in Kombination mit den Plateauschuhen. Denn wir spielen hier auf diesem Morpeko-Set kein standardoffensives Set, sondern eher ein Set, was reinkommen soll. Mit Turbodrea die Tarnsteine oder sonst irgendwas in der Art entfernen soll. Vielleicht mit Aurarat sehr guten Schaden rausdrücken kann. Und dann auch wieder rausgehen kann. Und das macht Morpeko mit der Abgangstirade. Denn damit vermindern wir den Angriff und Spezialangriff des Gegners und wechseln raus, was sehr praktisch ist, um irgendetwas sicher reinzuholen. Zwar kann Morpeko auch die Attacke Void wechseln, die normalerweise auf Elektro-Pokémon meist gesetzt ist. Aber Morpeko hat jetzt nicht den besten Spezialangriff und es lohnt sich eher, die Abgangstirade einzusetzen. Vor allem, wenn irgendwie ein Boden-Pokémon reinkommt oder sonst irgendwas in der Art, ist das ganz praktisch. Aber auch so, weil man kann halt die Offensivwerte des Gegners senken und so sicher was anderes reinholen, was super für dieses Set ist. Denn dieses Set soll nicht irgendwie im Alleingang gewinnen, sondern es soll eher das ganze Team supporten, also unterstützen. Zu guter Letzt hat man dann noch die Option, irgendeine Angriffsattacke zu spielen. Morpeko kann viele gute Angriffsattacken. Man könnte über Samenbomben nachdenken, um Boden-Pokémon zu treffen. Natürlich kann man auch darüber nachdenken, Knirscher zu spielen, weil Aura Rat natürlich eine Unlicht-Attacke sein kann. Aber nur jede zweite Runde, was ein bisschen nervig ist. Man hat auch noch viele andere Attacken, zu denen wir gleich kommen. Aber tatsächlich präferiere ich auf diesem Set sogar die Attacke Schutzschild. Vor allem, wenn man Morpeko mit den Überresten spielen sollte. Denn die Sache ist folgende. Schutzschild bietet einem die Möglichkeit, selber zu entscheiden, welchen Typus Aura Rat haben soll. Sagen wir mal, man ist gerade in der Elektro-Form, beziehungsweise gerade in der Form, wo Aura Rat dann vom Typus Elektro ist. Und vor allem steht ein Boden-Pokémon. Man würde aber mit der Unlicht-Aura Rat-Attacke den Gegner besiegen. Da kann man einfach Schutzschild einsetzen. Und Aura Rat wird dann eben in der nächsten Runde zum Unlicht-Typus. Und man kann Aura Rat einsetzen. Natürlich könnte man auch, wie gesagt, Samenbomben spielen. Aber es gibt auch viele Situationen, wo es genau andersherum ist. Man ist gerade vom Unlicht-Typus. Man will halt zum Elektro-Typus werden. Und by the way ist eine Unlicht-Aura Rat-Attacke stärker als Samenbomben gegen ein normales Boden-Pokémon. Weil Aura Rat hat halt eine 110er Base-Stärke plus der Step-Bonus, also der Typen-Bonus. Das macht eine Base-Stärke von 165. Samenbomben kommt mit sehr effektivem Schaden auf 160, also ist ein wenig schwächer. Deswegen lohnt sich Schutzschild vor allem auf dem Set, wenn man Überreste spielt, erst recht. Weil man auch nochmal diese passive Heilung bekommt. Aber Überreste ist so ein bisschen ein weirdes Set. Deswegen, Plateauschuh ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Überreste kann sich lohnen, muss sich aber nicht. Dann kommen wir zum Wesen. Und da spielen wir tatsächlich ein frohes Wesen, also voll initiativ investiert. Ebenfalls auch in den EVs, also volles Init-Investment. Tatsächlich auch volles Angriffs-Investment und die letzten vier Spezialverteidigungen. Selbst wenn man nur einen Angriff spielt, lohnt sich das volle Angriffs-Investment. Beziehungsweise ist Turbo-Dreh auch ein Angriff, aber ja, ich zähle das jetzt nicht als so starken Angriff. Wobei es natürlich in dieser Generation ein bisschen stärker wurde. Aber Aurarat ist natürlich der einzige Angriff, den man einsetzen wird. Aber man hat halt zwei Typen in einem, was super, super nice ist. Vor allem, wenn man ein Schutzschild hat, hat man ja auch diese Entscheidungsfreiheit. Deswegen empfehle ich trotzdem dieses offensive Investment. Soviel dann aber auch zum ersten Moveset. Wirkt anfangs ein bisschen unkonventionell, aber es hat tatsächlich einen Job, den es erfüllt und sogar sehr gut erfüllen kann. Das zweite Moveset spielen wir dann mit dem Item Leben-Orb oder auch mit dem Wahlband, das ist euch überlassen. Ich empfehle euch eher das Leben-Orb-Item, weil man so die Angriffe wechseln kann, was ganz praktisch ist. Aber Wahlband kann auf jeden Fall eine Option sein. Dieses Set spielen wir wieder mit den Attacken Aurarat und Turbo-Dreher. Man will halt natürlich diesen Signature-Angriff auf Mopeko unbedingt haben. Und auch Turbo-Dreher lohnt sich auf einem Leben-Orb-Set, auch wenn man jede Runde dann 10% Schaden bekommt, wenn man Turbo-Dreher einsetzt. Aber man will natürlich trotzdem so aus die Tarnsteine und so weiter wegbekommen. Außerdem bekommt man ja den Initiativ-Boost durch Turbo-Dreher, aber auch durch Aurarat, was halt so super ist. Weil Mopeko ist dann plötzlich super schnell unterwegs und kann extrem viel Schaden rausdrücken. Weshalb man auch tatsächlich über ein hartes Wesen nachdenken kann nach dem einen oder anderen Init-Boost. Aber prinzipiell empfehle ich doch eher ein frohes Wesen, weil 97 in der Initiative ist so eine Base-Initiative, die echt gut ist, um viele Pokémon zu outspeeden, solange man auch keinen Init-Boost drin hat. Als nächstes spielen wir dann tatsächlich die Samen-Bomben. Auch wenn Aurarat gegen normale Bohnen-Pokémon stärker ist, hat man natürlich mit Samen-Bomben etwas Gutes, um die vierfach schwachen Pokémon besser zu treffen. Also Pokémon, die eine vierfach Pflanzenschwäche haben. Natürlich sowas wie Morlot zum Beispiel oder auch Rihornior und so weiter und so fort. Da gibt es einige, wobei man auch gegen Rihornior keinen Wanted-KO schafft, weil der sehr, sehr bulky ist. Aber es gibt natürlich einige Pokémon, die diese vierfach Pflanzenschwäche haben. Deswegen kann das auf jeden Fall lohnenswert sein. Und zu guter Letzt hat man letztendlich relativ viele Optionen. Man kann über Feuerzahn nachdenken, um Pflanzen-Pokémon besser zu treffen. Natürlich hat man auch Eiszahn, aber Feuerzahn trifft dann doch ein bisschen mehr, was ganz praktisch ist. Auch Stahl-Pokémon werden ganz gut getroffen. Wobei man die meisten Stahl-Pokémon auch mit Aura-Rad sehr, sehr gut treffen kann. Aber man hat natürlich auch vierfach schwache Stahl-Pokémon wie Famicula. Außerdem kann man über Psychobeißer nachdenken, um Kampf-Pokémon zu treffen. Man kann auch tatsächlich darüber nachdenken, Knirscher zu spielen, damit man safe diese Unlicht-Attacke hat. Aber auch hier sehe ich, zumindest auf dem Leben-Obset, Schutzschild als sehr starke Option. Denn Schutzschild bietet dir einfach die Möglichkeit, auch zu scouten, was der Gegner erstmal macht. Man schaut erstmal, was will der Gegner machen, kann dann dementsprechend auch reagieren. Und man hat wieder die Möglichkeit, den Typen zu wechseln, was auch sehr, sehr praktisch ist. Dieses Moveset spielen wir dann wieder mit einem frohen Wesen, wie gesagt. Vollem Init-Investment, vollem Angriffs-Investment und die letzten vier Spezialverteidigungen. Hier ändert sich nicht viel. Und wie gesagt, dieses offensive Moveset von Maupiko kann auf jeden Fall nicht schlecht sein. Ist aber eher etwas, was im Endgame, also am Ende des Spiels, relativ viel machen kann. Weil das Problem ist, dass Maupiko jetzt nicht den besten Angriff hat und nicht so einfach durch Teams durchbrechen kann. Aber wenn das gegnerische Team angeschwächt ist, kann Maupiko auf jeden Fall sehr gute Arbeit leisten. Soviel dann aber auch zu den Movesets. Wir schauen uns natürlich auch noch die Checks und Counter an. Und da gibt es einige Pokémon. Natürlich sowas wie Galas Mokmok. Das ist defensiv gesehen sehr gut gegen die meisten physischen Angreifer und natürlich auch gegen Maupiko. Wobei man auch da vor einem Elektroaurarat so ein bisschen aufpassen muss. Das macht immer noch soliden Schaden. Hypoteros ist ein guter Check. Denn selbst Samenbomben von einem Leben-Orbset werden kein Tool-K.O. auf Hypoteros setzen. Weil der einfach viel zu gut ist in der Defensive. Ein physisch-defensives Arcani kommt ganz gut in Maupiko rein. Sonst kann man auch sowas wie Mammut-Tel erwähnen. Natürlich muss man auch da vor Samenbomben aufpassen oder vor dem Unlicht-Aura-Rat. Aber in Elektroattacke kommt man zum Beispiel ganz gut rein. Und hat natürlich ein Erdbeben. Oder ist vielleicht auch sogar Gewalschalt. Kann einen Angriff meistens sowieso safe überleben. Und dann mit einem Weischer Erdbeben das Maupiko besiegen. Sonst hat man noch Libeldra, was auch in den Angriff überleben kann. Schneller ist und Erdbeben abfeuern kann. Rihornion natürlich, habe ich bereits erwähnt. Wird einen Samenbomben ganz gut überleben. Sonst hat man auch sowas wie Famicola, ist physisch defensiv ganz gut aufgestellt. Und hat vor allem den Überrumpler, um Maupiko wegzuhauen. Denn Maupiko ist ja auch, wie gesagt, ein Unlicht-Pokémon. Und physisch defensiv gesehen ist Actillas extrem stark gegen Maupiko. Da wird auch Feuerzahn natürlich nicht viel machen. Aurarat wäre, by the way, auch stärker. Aber das macht auch nicht viel mehr Schaden auf Actillas. Also der kann jeden Angriff ganz gut wegstecken. Sonst kann man sagen, dass natürlich Pokémon, die schneller sind, immer ganz gut gegen Maupiko sind. Vor allem, wenn sie einen sehr effektiven Angriff haben. Aber auch so, Maupiko hat halt nicht die besten Defensivwerte. Und das ist das große Problem an Maupiko. Als nächstes schauen wir uns dann die Partner-Pokémon an. Und da kann man sowas wie Scalabra natürlich erwähnen. Scalabra hat eine Tarnstein-Schwäche. Darum kann sich Maupiko kümmern. Und typenmäßig synergieren sie auch ganz solide. Und Scalabra kümmert sich auch um ein paar Checks von Maupiko. Sonst hat man noch Inteleon. Inteleon kümmert sich um extrem viele Checks von Maupiko sehr gut. Vor allem natürlich die ganzen Boden-Pokémon, die problematisch für Maupiko sein könnten. Aranestro natürlich auch. Ist ein Wasser-Pokémon, was sich um vieles kümmert. Und vor allem natürlich Klebenetz-Support bietet. Genauso wie Bundle-Beam. Und die Sache ist, in einem Klebenetz-Team will man meistens auch ein Turbodreher-Pokémon haben. Und da ist Maupiko natürlich perfekt für. Weil man kann natürlich relativ sicher immer einen Turbodreher rausbekommen. Vor allem mit dem allerersten Set, was ich vorgestellt habe. Kann ich also nur empfehlen. Ähnlich mit Galas Mokmok. Die synergieren sehr, sehr gut auch von den Typen her. Und vor allem hat Galas Mokmok natürlich auch Zugriff auf Giftspitzen. Und wenn man Giftspitzen im Team hat, will man natürlich keinen Auflocker in einem Team haben. Sondern eher wie der Turbodreher. Genauso wie bei den beiden Klebenetz-Pokémon. Sonst auch Tektas. Ähnliches Szenario. Vor allem ein Wasser-Pokémon. Gegen die Boden-Pokémon ist das ganz gut. Und hat natürlich auch Stachler im Moveset. Und sonst kann man noch sowas wie Zytomega erwähnen. Weil Zytomega kann Probleme gegen Psycho-Pokémon haben. Darum kümmert sich Maupiko ganz gut. Und Zytomega kümmert sich dann wiederum um Kampf-Pokémon zum Beispiel ganz gut. Wogegen Maupiko auch durchaus Probleme hat. Soviel dann zur Maupiko oder Maupiko oder wie auch immer man es ausspricht. Ich hoffe, ihr konntet einiges daraus mitnehmen. Bewertungen und Kommentare sind sehr gern gesehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.